Und mit einer Künstlerin, die in diesem Jahr ein neues Album rausbringt, möchte ich jetzt mal telefonieren. Herzlich Willkommen in der ersten Ausgabe der Chartshow 2022 an Doka. Hoffe ich, ist jetzt auch am Telefon. Hallo, ja. Da ist sie. Ich bin total begeistert. An, du bist ja eine sehr gute Freundin dieser Sendung. 2018 warst du sogar mal live hier im Studio. Da haben wir uns ganz viel Zeit genommen und haben die Chartshow zusammen moderiert. Und dann haben wir noch, ich glaube zwei Stunden gequatscht und da ist dann auch noch eine richtige schöne Porträtsendung entstanden. Die haben wir dann im Sommer 2018 gesendet. Kannst du dich noch erinnern? Absolut. Und an das schöne Wartburg kann ich mich vor allem auch noch erinnern. Und muss sagen, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald auch mal wieder persönlich dort. Ja, das wäre nicht schlecht. Seitdem ist ja einiges passiert. Und das letzte Mal haben wir übrigens telefoniert. Vor knapp einem Jahr habe ich extra nochmal nachgeschaut am 25. Januar. Damals hattest du auch ein neues Projekt am Start und das haben wir vorgestellt. Wie geht es dir denn heute? Was hast du im letzten Jahr so alles angestellt und welche deiner Träume konnten 2021 erfüllt werden? Ja, neben natürlich ein paar schönen persönlichen Dingen wie eine Heirat und wir haben kurz vorher drüber gesprochen, sind natürlich auch musikalisch einige Sachen passiert. Trotz Corona habe ich unglaublich viel Songwriting betrieben. Ich habe mein neues Nashville-Album fertiggestellt. Ich habe vorhin tatsächlich die letzten Dateien an meinen Produzenten in Nashville geschickt. Und der baut da jetzt noch ein bisschen rum und hat das ja alles schon im Studio produziert in Nashville. Und ja, am 1.4. geht es dann hoffentlich mit dem neuen Album auch mächtig los. Und ja, den ersten Single, weißt du ja, die hast du schon vorliegen. Und die werden wir nachher noch spielen. Wie funktioniert das eigentlich? Reisen ist ja im Moment eher schwierig. Aber dein Produzent sitzt in Nashville, du sitzt in Bremen. Und wie kriegt ihr das hin, dass ihr die Songs dann da super abgemischt bekommt? Also er hat das tatsächlich alles noch im Studio mit den ganzen Musikern produziert. Und ja, Corona-bedingt ist es tatsächlich so gewesen, dass wir nur am Anfang ein bisschen was in Nashville selbst zusammen machen konnten. Und dann ging es tatsächlich in die Corona-Zeit. Und wir mussten das gesamte Album dann wirklich online fertigstellen sozusagen. Also er hat alles dort natürlich eingespielt. Ich habe meine Gesangspart dann ganz in Ruhe hier in Bremen in meinem Studio eingesungen und ihm die ganz fleißig rübergeschickt. Die haben beide aber gesagt, es war gar nicht so schlecht eigentlich. Weil man nimmt sich, wenn man direkt ins Studio geht, oft nicht so viel Zeit, um die Songs so aufgehend wirklich zu bearbeiten. Und dann nochmal über eine Gesangsthrase vielleicht nochmal nachzudenken. Und man singt das dann ein, so wie man es irgendwie sich dann vorgenommen hat. Und wenn man jetzt durch Corona bedingt, das im Studio zu Hause, sage ich mal, macht, in meinem Studio hier. Ich habe wirklich Fragen nochmal komplett überdacht. Ich habe teilweise Texte sogar noch beim Einsingen geändert, weil die mir plötzlich irgendwie anders über die Lippen kamen. Und dieser Prozess war eigentlich auch sehr spannend. Wir haben beide gesagt, es ist ein tolles Ergebnis geworden. Und ich glaube, Rooms, die ersten zehn Gespräche, spricht er auch für. Aber es ist ein sehr, sehr vielseitiges Album geworden. Und ich freue mich jetzt einfach drauf, das endlich jetzt dann auch zu zeigen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, Corona hat einiges verändert, auch bei mir in meinem beruflichen Alltag. Und manche Dinge sind gut und manche sind schlecht. Die Presse, die ist ja seit Jahren voll des Lobes über dich, bezeichnet dich als beste Country-Sängerin in Deutschland, was du ja auch bist. Und auch im letzten Jahr hast du wieder eine Auszeichnung bekommen, und zwar den internationalen Academia Award in der Kategorie Rising Star. Und für die neue Single, die du schon angesprochen hast und die wir auch gleich spielen, hast du auch einen Preis bekommen. Wie ist das eigentlich für dich, oder was war das für eine Auszeichnung für die Single Rooms? Und wie stolz macht dich eigentlich so einen Preis? Denn ich lese, wenn ich über dich recherchiere, immer, da hat es einen Preis gewonnen, da hat es einen Preis gewonnen. Was macht das mit dir? Bei manchen Preisen freut man sich tatsächlich. Also wie auch, du hast es gerade angesprochen, ich wurde bei den German Songwriting Awards, kam ich ins Finale mit Rooms, ins Finale Popmusik quasi, was eine sehr, sehr wichtige Kategorie in diesem Preis ist. Und da ging es vor allem auch um Songwriting. Also über diesen Preis habe ich mich extremst gefreut, weil es halt einfach wirklich da die gesamte deutsche Musiklandschaft in der Jury sitzt. Und wenn die sagen, Mensch, das Mädel kann irgendwie Songwriting, das ist schon ein Lob, was ich gerne annehme und wo ich mich auch wirklich persönlich dann freue, weil das ist ja meine Kunst und meine Arbeit auch, die ich da mache. Und also das sind Preise tatsächlich, über die man sich freut. Und ansonsten sind jetzt diese Preise an sich nichts, wo ich jetzt sage, ich jag da hinterher. Aber natürlich sehen das auch Veranstalter immer mal ganz gerne, weil sie dann auch das für ihre Promotion nutzen können. Aber mir persönlich ist es nicht so wichtig, dass ich jetzt sagen muss, ich muss jetzt jeden Preis gewinnen. Aber so manchmal, gerade wenn es um das Thema Songwriting geht, tut es eigentlich ganz gut. Das geht mir auch so ein paar Preise, habe ich auch schon gehört. Eins, zwei, glaube ich, als Radio-Mann. Neues Album, du hast es schon angesprochen. Am 1. April wird es erscheinen. An meinem Geburtstag, ja. Ist das ein Montag? Ich glaube nicht, aber da müssen wir um die Zeit mal telefonieren. Also dein Geburtstag... Also ein Freitag, weil neue Musik tatsächlich immer Freitag erscheint. Und genau, und dann habe ich gedacht, das bietet sich wirklich an. Das wollte ich eigentlich letztes Jahr schon machen, zumindest rund um meinen Geburtstag. Und dieses Jahr wird es definitiv so sein. Also werden wir dann am 4. April in der Sendung, am Montag werden wir dann wieder telefonieren. Dann körperte ich die auch noch. Wie wird das Album heißen? Das Album heißt House of Change und geht so ein bisschen zurück auf ein Kommunikationsmodell, was sich um Veränderungsprozesse dreht. Und so war es auch, als ich das Album geschrieben habe. Ich bin durch sehr viele Veränderungen gegangen. Und das Modell House of Change besagt, dass man durch alle Räume der Veränderungen durchgehen muss, um mit einem Prozess, mit so einem Veränderungsprozess auch wirklich abzuschließen. Und ja, jeder Song auf meinem Album ist quasi vielleicht ein Raum, das House of Change ist. Aha. Ja, der erste Song aus deinem neuen Album, der ist ja am letzten Freitag schon erschienen, am 31. Dezember. Rooms heißt er, den werden wir auch gleich hören, ein preisgekrönter Song, wie wir eben auch schon gehört haben. Um was geht es denn in dem Song Rooms? Das passt ja dann sehr zu dem, was du eben über das Album erzählt hast. Aber Rooms im Speziellen, um was geht es da? Es geht um Räume, die vielleicht nicht mehr zu einem passen. Es geht um Räume, die vielleicht nie zu einem gepasst haben. Und es geht auch darum, die Räume zu finden, in denen man noch bleiben möchte. Und das ist so eigentlich die Hauptmessage, die ich damit auch in die Welt senden möchte. Gerade auch zum Jahresende. Wir hinterfragen ja viele Menschen, bin ich noch da, wo ich gerne sein möchte? Und ist das alles noch das, was zu mir passt? Und ja, unter diesem kleinen Aspekt habe ich auch bewusst Rooms am 31. Dezember veröffentlicht. Einfach zu Silvester, damit sich wirklich jeder mal fragt, ist denn das, was ich da gerade noch habe, passt das noch zu mir? Und wo will ich eigentlich wirklich sein? Und sich eventuell dann auch gute Vorsätze fürs neue Jahr einfallen lässt. Bevor wir den Song hören, noch eine Frage. Können dich deine Fans, sofern die Corona-Situation es erlaubt, in diesem Jahr auch wieder live auf der Bühne sehen? Irgendwo? Ja, also ich bin natürlich gerade in Planung der Tour für das neue Album. Was davon stattfindet, wie es stattfindet, ist natürlich einfach noch in den Sternen. Aber man muss ja irgendwann anfangen, nur zu planen. Und speziell rund um den 1.4. habe ich verschiedene Relief-Partys geplant. Natürlich in meiner alten Heimat, in Taunus, bei Frankfurt in Hessen. Aber auch in meiner neuen Heimat in Bremen und um zu, wie man so schön sagt. Und ja, dann geht es weiter. Man guckt jetzt so ein bisschen, wo es uns dann alles hintreibt. Aber sieht man absolut gerne auf meiner Website natürlich, an doka.com. Genau. Und wir werden wahrscheinlich auch zwischendurch nochmal telefonieren, denn im Februar kommt dann, glaube ich, schon die zweite Single vom Album. Ja. Ja, darf ich schon verraten, oder? Natürlich. Deswegen telefonieren wir hier. Ja, das wird dann tatsächlich die Hauptsinger. Better Walk On heißt der Song. Und ich muss sagen, dass es tatsächlich, also Rubens auch, aber Better Walk On ist mein Lieblingssong vom Album. Denn wenn man eins während Corona so ein bisschen vielleicht verinnerlicht hat, oder ich zumindest, und so ist der Song auch irgendwie entstanden, wenn es mal nicht so läuft, wie man gerne hätte, dann sollte man einfach mal weiterlaufen. Und dann passiert schon irgendwas. Und in der Regel eigentlich mal was Gutes und was Positives. Und das soll der Song so ein bisschen ausstrahlen. Deswegen, also ich hoffe, alle sind schon gespannt. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Also Fakt ist eins, du musst ihn mir unbedingt dann schicken, wenn er dann fertig ist. Wenn dein Produzent in Nashville sein Okay gegeben hat, dass die Version, die dann auch aufs Album kommt, fertig ist, dann schickst du mir das. Und im Februar werden wir das dann vorstellen. Und im April dann natürlich, wenn dein Album da ist, dann spielen wir auch noch ein paar andere Songs aus dem Album. Dann drücke ich dir mal ganz, ganz fest die Daumen, dass alles klappt. Und ich, ja, hatte ich schon gesagt, wir telefonieren, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und merken uns auch schon mal, dass um den 1. April in Hessen zumindest, das ist ja nicht allzu weit von uns weg, ein paar Release-Partys stattfinden. Und wann, wo genau, das werden wir dann einfach im März nochmal verraten. Dann wissen wir auch vielleicht, was mit Corona bis dahin ist. Ja, Ann, ich bin sehr gespannt auf das neue Album, den Song Rooms. Den habe ich ja hier in der Chartshow schon ein paar Mal gespielt. Den werden wir jetzt auch gleich hören. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein wenig Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Jetzt wollen wir endlich auch die Musik von dir hören. Dein neuer Song Rooms. Bleib schön gesund, grüße mir auch deinen frischgebackenen Ehemann. Absolut. Letztes Jahr hast du geheiratet, hast du mir auch gesagt. Ich habe es auch verfolgt auf Facebook natürlich. Ann, ich drücke die Daumen und für Sie, meine lieben Hörer, gibt es jetzt die neue Single von Andoka. Die Weltpremiere haben wir, glaube ich, auch hier in der Chartshow gehabt. Denn du hast mir geschrieben, der Song kommt raus und ich habe den sofort am Montag drauf gespielt. Genau, richtig. Also war es wahrscheinlich wirklich die Weltpremiere, das stimmt. Also, bleib schön gesund. Wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörer, das neue Album dann auch ganz schlimm kaufen und streamen. Am 1. April kommt das raus. Die Single gibt es jetzt schon auf allen Plattformen, die man so kennt. Wegen der Werbung sage ich jetzt keine, aber es sind die ganz normalen Plattformen. Da ist die Single überall schon zum Streamen und zum Downloaden online. Stimmt's? Ja. Vielen Dank. Viele Grüße nach Wartburg. Auf die Wartburg, nach Eisenach, Ann, Doka und Rooms, die neue Single. Tschüss. 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 Vielen Dank.